Hallo und herzlich willkommen mit mir in der heutigen Folge hier bei der Fernsehung mit offenen Mars oder Kf. 5. Ich werde jetzt noch den Kühen schon ein bisschen schneller geben, da der Hänger eh dran ist. Die Schweine haben genug, die haben alles. Die haben auch Wasser und sind froh und rollt fangen an den Kühen. Die brauchen auch nicht viel, aber ich zieh dir mal kurz ein bisschen ab und dann ist gut. So, wir haben kurz mal die Festplatte defraudiert, die haben schon lange gedauert, aber es war leider notwendig, weil die Aufnahme war nicht zu zügert, am Anfang. Da war ich zu sehen und hab Ton, hab mich aber nicht bewegt und das ist nicht gut. Den Rest des Videos lieb, aber ganz normal. Und jetzt habe ich das mal ganz kurz wieder mal technologiert. Es häuft sich langsam. Ich habe das Spiel auf Pause gedrückt. Sonst hätte ich alle Fahrzeuge, die jetzt schon laufen, mal starten müssen. Das sind wir nicht notwendig. Ich kann vielleicht gucken, hier haben wir noch ein bisschen List. Der fährt aktuell, wir gucken. Der Habs die Aufsaat läuft, 20 kmh läuft der andere und 53 kmh der andere. Also wir fahren alle, also läuft schon alles. Der eine bringt der Gärreste aus und der andere macht die Aussaat und der zweite macht auch eine Aussaat. Der Habs auf Feld 14 und 3 und Feld Nummer 2 wird der Gärreste. Da guck ich mal was aus. Ja, das klappt ganz gut mit Auras-Zyklen. Der Rest darf ich ja nicht, aber das ist nicht so. Ich muss nur sehen, dass ich hier mal gucken, ob ich eine Gülle habe. Die können wir auch noch so BGH fahren haben. Dann gucken wir gleich, da alt ist. Stahl bei den Milchkühen, da haben wir, die können wir auch noch so BGH fahren. Da haben wir keine Gülle, da haben wir nur Mist. Der müsste fast alle. Dann werden wir gleich mal rüber gedonnert zum nächsten Stall, die Futter und dann gleich mal einen Traktor rücken und dann das Ding hier vorne wegnehmen und dann die Gülle zur BGH fahren. Gülle geht da glaube ich in größeren Mengen rein. Bei Mist ist ja die Menge begrenzt. Aber hier im zweiten Stall habe ich auch noch viel, viel Mist zu liegen. Das ist reichlich, da kann auch etliches drüber gefahren werden. Ich glaube Futter müsste hier auch reichen normalerweise. Ja, das reicht. Dann kann ich gleich den Traktor nehmen. Den Anhänger stellen wir, machen wir kurz leer, dann stellen wir wieder weg. Kipper ist ein Traktor schädigt. Stroh geben hier ist kein, hier ist kein. Da ist unser Mistfahrer, der Fleißige. Das macht alles Autodreif mit einem Förderband. Das Förderband ist ideal eigentlich für, weil das kein Fahrzeug stört. Wenn einer dagegen fahren würde, wäre es ungünstig, dann wäre das irgendwann gut da nicht mehr treffen, wo man aufhören könnte. Wäre schlecht. Wäre so ein Stall mit Förderband nicht schlecht, ne? Stationär würde ich sagen, ein bisschen vereinfachen. So, hier haben wir den Rest rein. Dann haue ich den Rest, ja, den Anhänger jetzt in die Halle. Und zwar, die Halle geradeaus. Da habe ich schon ein paar Fahrzeuge stehen. Ein Güllewagen. Da ist, glaube ich, sogar ein Anhänger dran. Da muss ich mal ganz kurz gucken. Da muss ich mal hinlaufen. Da muss ich mal hinlaufen. Und warum den Traktor gar nicht mal abhängen, ne? Erstmal, ne? Aber ihr habt doch genug gekriegt, Mensch. Cool. So, da müssen wir mal da drüber laufen. Das ist noch Gras. Okay. Hier haben wir einen feinen Traktor außen stehen. Wenn mich alles täuscht. Hier sind Güllefahrzeuge. Einer Silo. Da haben wir Gähreste und der Traktor war ich auch irgendwo. Ich habe nämlich getauscht gehabt wegen Kalkfahren, weil einige Fahrzeuge, da geht der Ladeklappe nicht auf. Keine Ahnung, warum. Dann nehme ich den Traktor hier vorne gleich mit. Hier muss ich auch mal wieder eines Tages richtig aufräumen. Bei der Gewicht dran, ne? Nö. Dann nehmen wir das mal gleich, ne? Das Traktor ist eigentlich vertrahiert, kann man sagen. Und gewartet. Das Vertreterseite. Noch nichts. Tank ist voll, ja. Ist ja auch wichtig, ne? Tank ist voll, ne? Sonst. Ich müsste aber eben mit dem Punkt anfahren. Also einfahren. Auf. Also anschließend am Kurs. Gucken, ob das klappt. Ja. Ja. Dann nehmen wir gleich mit. Dann nehmen wir gleich mit. Dann nehmen wir genau den Trick da hin. Den Trick da hin. Den Trick da hin. Dann. Dann nehmen wir gleich mit. Und so schnell. Dadurch ist ein Standardfahrzeug, der möchte funktionieren. So. Vielleicht mal rüberfahren. Und zwar Skal Nummer 1. So. Mal kurz die Autoskurse anschalten. Mal gucken, in welche Richtung wir fahren müssen. Ich glaube, es ist besser wie fahren von drüben. Oder. Ja. Und wenn wir so machen. Das heißt. Wenn wir hier reinfahren, die Kurse gehen alle in die andere Richtung. Das wird ungünstig, ne? Das wird ja nur ein Kurs. Halb zu antreten, dass wir da entsprechend. Kontrollen Lieferkäfer nicht jetzt, ne? Kann passieren. Mist. Bei knappe 80%. Äh. Ja. Das einziges Problem ist hier, dass der A-NMW steht. Den könnt ihr aber umzwischen auf einen anderen Punkt. Äh. Eigentlich nicht. Den mal ganz kurz wenden. Nach Möglichkeit keinen neuen Kurs aufstellen, sondern einen alten irgendwie verwenden. Davon da. Ja. Sonst. Ist das blöd, ne? Überlappt ist zu viel. Die Version ist ja immer wieder auch schon mal 1.07 RC1. Äh. Muss rumkommen. Das ist hier. Äh. Müssen da angehen. An dem Kurs. An dem. An dem. Das wäre ja nicht. Dann, äh. pantry. Aber rechts. Läber mal versorgt mit ähh. Blöden. ани. und bei Zö Начschen. Unzelt mit. Und dann. Ja. Ja. Die. Und dann. Ja. Ja. Nee. Ja. Ich will jetzt mal kurz da. also eine kleine roten karten sind das prinzip von hier ungefähr anfängt machen wir einen punkt öh punkt machen wollte ich dann mache ich den punkt, dann kann ich aber nicht eben zu machen verbinden habe ich aktiviert, das ist nicht gut löschen zu dem punkt und von da nach da den kann ich ja nachher ein bisschen nach rechts verschieben zur not das kann ich auch gleich machen oder das kann Dachen vorbeikommen das kann sein mal gucken wann er hier die müssen ja links ran also nicht am karl der eine ist fertig das ist gerade ungünstig gerade dann wir keine Zeit haben aber da soll er nur bis rein das kann man wechseln damit wir auch einladen können Grund ist er hier da kommt irgendwo dann geht das noch nur bis hin wer denn mal die aufnahme und man man kommt und dann mache ich hier mal wir schauen aufnahme ende erst mal geladen wille Wir müssen uns Bescheid wissen irgendwann her. So, jetzt müssen wir hier halt an den Milchtrickerkurs rankommen, dass ich wieder Aufnahme nehmen. Ich habe hier auch verbindend automatisch gemacht, das ist eigentlich unkürzlich. Man kann lieber manuell entscheiden, wo man anfassen möchte. So, hier. Wir sehen hier an. So, Aufnahme endet. Der will jetzt nicht fahren, also aufladen. Schlecht. Dann nehmen wir den anderen Anhänger von der PGH für Gärreste. Gucken wir den mal aus. Der darf es hinkriegen. Warum der jetzt nicht aufnimmt, weiß ich auch nicht. Das ist mal so eine Sache. Im Turingers klappt ja auch nicht mit jedem Fahrzeug auszunehmen. So. Ist halt so. Dann nehmen wir den anderen halt. So. Es gibt bloß mehr rein. In den Stallern. So. Neuer Versuch. Wir stellen mal ein. Und zwar richtiger Kurs. Ich muss mal sehen, wie im besten ein Knie kann man ordnen. Also. Abladen. Beladen. Nicht. Das ist ja jetzt beladen geschrieben. In die richtige Änderung. Mist. Mist. Das ist für Dings hier. Beladen. Abladen. Sollte bei der PGH sein. Das ist aber ein Ort. Und. Sollte bei der PGH sein. Das ist doch. Dennafabrik. Bullock. Brauerei. clubzilo. Milesix. W именно zu dürfen. Ne. Da kommen wir nicht. Das habe ich garantiert irgendwas. GRFs. GRFs. Beladen. Dimmbl. Abladen. Mist. BGH. Wasser, Wasser, Sand, Hies, Kalk, also hier oben das Abladen, Abladen ist mal Abladen, Schmauerei, Herbst, Hies, Malz, Lech, Frucht, Pellets, Sand, Frucht, Wasser, Wickel. Ich habe da noch nie angeschrieben, also ich fahre mal rüber zu BGH. Ich versuche mal das aufzunehmen, wenn ich BGH gefahren bin, dann kann ich ja gleich mal gucken, ob er wo ablädt und dann zwei Fliegen an der Klappe. Wir testen mal, ob er es aufnimmt und dann testen wir, ob der Punkt Abladen da funktioniert. Ich habe es hier einfach beschrieben. Und den werde ich dann umprogrammieren auf den zweiten Stall oder beziehungsweise den erstmal weiter stellen. Sollte an den E-Band leer sein. Mal sehen, ob der aufnimmt. Die Gülle hier, eigentlich schon. Ja, hier klappt das. Warum das vorhin nicht klappt hat, ich habe sie gesehen, das kann auch sein. Das ist gut möglich. Den machen wir nicht alles rein, es geht noch mal in den Test. Dann fahren wir mal rüber. Ich muss lange hier im Game bleiben, man kann dann ja auch nicht beimachen. Ich brauche ja das ganze Zeug eigentlich für... Er fährt normalerweise in eine andere Richtung nachher und so, okay. Da ist ja gleich so klärgefahren durch. Kommt da halt von rechts, ne. Irgendwie ein Klopperzeug. So, ab zu BGH. BGH, ne. Ich bin fertig und wir arbeiten danach. So, das sind die ersten Bestellungen. Ich habe jetzt also... Erste Raps eingesehen. Im Jahr, wo kommt. Ende Sommer. Bis... Frühherbst. Macht man halt dann, ne. Laut Geomod von natürlich mal. Wenn man es früher oder später macht, dann klappt das nicht. Kann es sein, dass es dann überhaupt nichts mehr kommt. Wahrscheinlich nicht los. Guck mal schreiben, was ich hier aufgeschrieben habe als Punkt. Beladen hier, das ist dann der Problem. Wir haben dann erstmal Abladen. V... V... V-BGH ausladen. Doch BGH. So, ich muss mal ändern. Das klappt schon mal. Das ist V-BGH abladen. Das ist doch BGH. Wie heißt die andere BGH? Ausladen. Gut. Mal gucken, wie er fährt. Ob er ihn hinkriegt, ne. Das ist das nächste. Das kann man leicht vor und vornherein fehlen aus. Äh... Märzen. Und dann... Falls doch mal ein Fahrzeug unterwegs und blockiert. Was durchaus passieren könnte. Bei vielen Fahrzeugen jemanden irgendwo hinkriegt. Das passt. Das passt. Die Traktoren sind eigentlich ganz genug dafür. Das ist irgendwann dann die BGH. Äh... Total allerwesende, ne. Oh, hier liegt noch Holz. Das ist der Restfahrzeug. Kann man den Kack ausbringen. Der Kack ausbringen. Das wäre ganz praktisch. Ich glaube das ist gut gewachsen. Das ist schon bald so weit. Also... Jetzt haben wir... Da haben wir mal eine Aktion zu machen, ne. Ich fährt... Äh... Zwei Felder. Mit Hopfen. Ein kleines Feld mit. Mit... Blüben. Wollen wir mal sehen, dass ich da noch einiges, äh... Verkaufen können. Proberei-technisch. Ob das zu Geld kommt, ne. Mal sehen, wie es da hinten wird, ne. Ich bin gespannt. Ob das funktioniert. Also... An sich... Ja. Wenn der Kurs... Äh... Frei ist und nicht zu... Ob nicht da ist. Ja. Da ist ab nächstem Feld durch, äh... Die Aussage vornehmen werden. Wenn 3 fertig ist. Sehen wir noch Regen? Na... Mal kurz gucken. Halt. Halt. Halt versorgt. Alles bestens. Wetter-technisch. Heute, Dienstag, Mittwoch ins Regen. Hier bin ich neu das lange. Ich muss das irgendwie wegstriegeln werden. Mal sehen. Jetzt fälle hier rein. Hier ist natürlich der Hofpunkt, das ist irgendwie ungünstig. Muss ich mal verändern. Einige Punkte sind halt nicht ideal gemacht, ne. Hier, äh... der Kalk ist ausgelagert. Das ist ganz gut. Und auch ganz gut, dass er da nicht hinfährt. Und falls man Kalkfahrzeug sich Kalk holt oder nicht im Weg steht, ne. Hier so eine Knickpunkte, manche, da ist man ungünstig. Der hätte auch ein bisschen mehr rechts fahren können, hier. Der Mist ist noch nicht fertig oder ist noch nicht voll. Mal schauen, ob er vorbeikommt. Kommt vorbei. So ein großer Traktor wäre gar nicht gut. Der würde im Prinzip, äh... Ich würde nur was sagen. Da muss man im Prinzip die... Kurven, das finde ich, halt reduzieren. Wenn das zu schnell wäre, ne. So, mal schauen, ob er aufnimmt. Das ist super krass da. Da lädt aus, das passt. Dann gefällt mir mit diesem Gewichtlager. Die in der Bühne fasst. Äh, grün im Lager kann man sagen. Und warum fällt der jetzt nicht weiter? Das ist leer. Gut, dann stellen wir um. Äh, macht die gute Frau auch nicht alleine. Und zwar... Kuhstahl 2. Ähm... Standard. Gucken wie ihr das hinkriegt. Oder sie, ne. Sie. Sie. Ist ja mal verschieden, ne. Mal ist es männlich, mal weiblich. Und dann haben wir schon wieder eine Folge geschafft. Wahnsinn. Wir sind ja vertrörend. Ich will eh so ein Zeug. So. 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 Und dann geht's auch los. Dann geht's auch los. Da schaltet sich leider immer wieder Äh... Ja. Da muss nochmal am Anfang klassen. aparten. Ja, gut. Das ist halt so. Gucken mal. Ja, das ist auch so, ne. Ja, das trifft genau. Passt. Super. Das klappt. das soll es auch schon für heute gewesen sein wenn man schönen dank des reinschauen und gewinke ja morgen morgen geht es hier weiter hier auf dem marsch ja ich muss kurz proben ich nehme aber proben für das feld also 12 und 14 mal sehen wie es aussieht bis zum nächsten mal vielleicht in die lust hat ich bin da